Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. In Estival Verde nehmt euch mal heute mit aufs Rockenheimring. Und da kümmern wir uns einen rein. Ne, ganz wichtig. Wir sind jetzt hier gerade bei der Akkreditierung. Ich dachte mal, ich nehme euch mit. Freitag-Samstag-Festival. Mein erstes Festival in diesem Jahr. Und dann dachte ich mir, komm, machen wir mal einen schönen Vlog. Wir warten jetzt hier in der Schlange. Das dauert noch ein bisschen. Wir haben eine Zuschauer getroffen. Was geht ab? Hi. Hi. Wir haben uns mal auf der Gamescom gesehen, ne? Hi. Alter. Krank, wir sind hier einfach direkt neben der Rennstrecke. Wir fahren auf Paläuse irgendwie gerade. Weil ich wäre auch gerne gefahren. Ich zeige euch das mal gleich komplett hier. Das ist mein erster Festival-Vlog. Weil ich war dieses Jahr noch gar nicht auf dem Festival. Ich hätte so Bock gehabt da auch. Die ganzen Sachen, die da gewesen sind, rolling laut und so. Konnte ich aber alles nicht. Aber jetzt habe ich es endlich mal geschafft, zu einem Festival zu gehen. Und ich bin gespannt. Alter, was ist denn das für eine Bühne? Glücksgefühle-Festival! Seid ihr nach Amtstadt? Hat euch das gefallen, Gentlemen! Alter. Ey, hier gibt es sogar Achterbahnen und so. Das ist ein richtiger Freizeitpark auch hier, Leute. Wir sind auf dem Gelände drauf, Leute. Wuhu! Erstes Festival. Geiles Wetter, geile Stimmung, geiler Vibe. So muss es sein. Noch mal bevor das neue IFC rauskommt, ordentlich Gas geben. Und da oben sehe ich uns, Kami. Kami ist auch noch am Start. Kurzer Einblick. Wow, die Bühne sieht brutal aus. Wir haben verschiedene Stände. Da ist die Lukas Podolski Lounge. Da kann man auch rein. Das zeige ich euch später alles. Ja, aber hier ist so das große Gelände. Es gibt zwei Hauptbühnen. Und da gehen wir jetzt erstmal drauf, oder? Nee, ich würde da niemals rauf gehen. Bei sowas krieg ich Panik. Ich denke mal, kennt ihr das, wenn ihr ein Seil reißt und sowas? Das sind richtige Filme. Boah, schaut euch mal die Bühne an, Leute. So riesig. Hier geht es noch weiter. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Wir sind jetzt gerade von da hinten gekommen. Und jetzt geht es hier weiter. Verrückt. Der Rille-Peter hat Durst. Ich brauche was zu trinken, Mensch. Wir sind jetzt einfach irgendwo hier Backstage hinter der Bühne reingedribbelt. Mit einem Elastico Reverse. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier rauskommen. Es ist einfach auf der Bühne, oder? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier, Kami? Ach geil. Wir sind einfach reingedrückt. Immer auf der Bühne hier, oder was? Geil. Hallo. Falls ihr euch mal gefragt habt, wie es hinter der Bühne aussieht. So sieht es aus. Einfach komplett alles abgehüllt, damit da, glaube ich, nicht so warm drin ist. Ja, ein paar Trucks am Start. So, die Jungs auch getroffen hier. Für Security-Song, oder? Nee, dester Mann. Ich liebe diese Lungen. 1, 2, 1. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Danke, Bruder, Alter. Sehr korrekt. Sehr korrekt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier ist so ein Sandsturm überall. Man denkt Sahara. Man hat die ganze Zeit auf der Zunge so ein Filter. Das ist verrückt. Ich habe gerade Brille abgezogen, meine Augen. Ich sehe nichts mehr. Das ist wie, dass ich gerade durch die Büste laufe. Das Ziel ist es, da reinzukommen, da. Da ist diese ganz geile Lounge. Da oben kann man chillen. Und das Wichtigste, 3 Drinks. So ist das hier überall mit den Essensständen aufgebaut. Du kriegst ja alles. Pizza, Pasta, Masta, Asia, Masia. Alles auf Start. Ich bin übrigens, wie schon vorhin gesagt, von meinem Partner Silberpfeil eingeladen worden. Die haben hier auch einen Stand, sind Sponsor. Deswegen, kurz geht raus an der Stelle. Und wir gönnen uns jetzt erstmal schön was zu Trinken. So, hier sind alle Sorten am Start. Meine Lieblingssorten sind die 3 Links. Genau die 3. Auf TikTok. Kennt ihr den Schlied, Leute? Der Typ ist gerade hier. Ich kenne die manche gar nicht vom Namen. Wenn man dann die Lieder hört, dann kennt man die Leute. Die Mission auf Rille hat begonnen. Ich habe es vermisst, auf Festival zu sein, Leute. So, jetzt geht es hier rein. In den VIP-Bereiten. Das sind ja für geile Autos, Mann. Auf Porsche auch sehr stabil, ne? Muss man schon sagen. Sehr, sehr stabil. Aber für mich, sag ich euch ehrlich, von innen kommt nichts am Mercedes Rad vom Komfort, vom Optisch, vom Design. Oh mein Gott, Leute. Wisst ihr, was das für ein Auto ist? Das ist das Auto, womit Paul Walker gestorben ist. Einfach. Carrera GT müsste das sein, ja? Krass. Das ist einfach der Wagen. Der hatte den in Rot gehabt, beziehungsweise sein Freund Roger Roders. Genau mit dem Wagen. Krass. Boah, das ist auch schon eine Maschine. Ich weiß noch, damals den Nitrospeed, da gab es den auch. Richtig geiles Auto, ey. So, jetzt könnt ihr es mal von oben sehen. Wir sind hier im Porsche Museum auch. Krass. Sehr schöne Autos hier auf jeden Fall am Start. Jetzt geht der Spaß, der ist richtig los. Jetzt sind wir da, wo ich mich vorhin erzählt habe, Leute. Hier oben auf diesem Dach. Eieieieiei. Guckt euch das mal an, Leute. Boah. Hier gibt es Essen, Trinken, alles. Hier ist doch auch so eine Bar und alles. Keine Ahnung was. Sehr nice. Was ist denn das für ein Smart, Alter? Ich glaube, das ist neu, ne? Der wird neu präsentiert. Einfach Smart. So kenne ich es aber keinen Smart, ja? Zeig mal ein bisschen die Aussicht, Leute. Wow. Alter. Was sagt ihr? Ich glaube, ich bleibe den ganzen Tag hier oben. Nein, ich glaube, ich werde auch mal ein bisschen runter, ein paar Runden drehen. Weil unten ist es so staubig wegen diesem ganzen Samt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist einfach Sahara da unten. Ui. Geschüttelt, nicht gehört, oder was? So, Kami, was kriegen wir hier leckeres, ne? Was ist das? Ich denke, natürlich alkoholfreie Sachen nur. Wir würden niemals auf die Idee kommen, irgendwas mit Alkohol zu trinken. Nein, wir doch nicht. Schaut es euch an. Guckt, da kommt noch ein bisschen Wasser hinterher. Super. Wer ist denn da dazu gestoßen, ne? Was ist das? Tintonic? Wasser, Wasser. Was für Wasser? Ist halt jetzt leer. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ja. Das ist Sperma. Das ist der Innenbereich, Leute. Hier ist es richtig gut klimatisiert. Hier gibt es irgendwo Nudeln. Wir brauchen jetzt nur Nudeln. Was ist das denn hier? Nudeln im Käseleib, oder was? Okay, let's go. Stark, stark, Leute. Das ist stark, aber die Schlange ist schwach. Eieieieiei. Jetzt können wir uns Nudeln in Parmesanleip mit Hähnchen und Gratin. Boah, guckt euch diesen Sonnenuntergang jetzt an, Leute. Jetzt gehen wir Richtung Mainstage. Bis gleich kommen, da kommt Sarah Connor, Steve Aoki, Sido. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Aber der Vibe hier ist auf jeden Fall geil. Und dieser Sonnenuntergang, guckt ihr euch an, wie als wäre der im Bilderbuch gemalt. Wir sind jetzt hier bei den Insta-X. Kennt ihr diese Kameras, wo das Bild rauskommt? Hier ist XXL, da kommt das so als Poster raus. Mitarbeiterin des Monats? Kannst du einfach das Breakdance machen. Kannst du all die Getränke, die du getrunken hast, direkt wieder auskotzen. So, wir gehen jetzt mal zur anderen Bühne. Dahinten ist noch ein riesen Rad. Boah, hier ist die Bühne 2, Leute. Geisteskrank. Was ist das denn? Das aussieht Tomorrowland. Party people tonight! Party, Party, Party! Leute, guckt mal diese Lichter, ey. Leute, jetzt ist einfach ATB da. Kennt ihr ATB? So ein geiler DJ. So, wir gehen jetzt ganz nach vorne, Leute. Wir sind ganz vorne. Alles wegen dieser Wand hier. Das sind Glücksgefühle. Das ist ATB, Digga. Wir sind direkt hier. Ey, Krabi hat gedribbelt. Wir sind sogar noch einen weiter rein. Wir waren erst dahinten, dann hier und dann hier. Digga. Geil, Alter. Geil, Alter. Geil, geil, geil. Guck mal, wie nah wir sind, Mann. Das ist verrückt, Leute. Ehrlich. Vielleicht kommt noch ein Liefer-Opi. Oder dieser Fasten-Haut komplett weg, wenn man direkt hier vorsteht. Copyright. Copyright. Oh, geiler Song. 1, 2, 3, 1. Und der Nesco mitbringt. Boah, was ein legendes Song, Mann. Hier ist das geile, Mann. Wir gehen jetzt einfach hier Backstage und so rein. Ich glaube, wir sind gleich Steve Fahoki und so, ne? Wir chillen jetzt einfach hier. Ja, wie krank ist das bitte, Alter? Ey, das war gerade so gestört, da vorne einfach zu stehen bei ATB, ne? Wahnsinn. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper gehabt. Ich weiß nicht, wie viel ich euch zeigen kann. Wegen Copyright und so, Leute. Aber es ist wirklich vor Ort Gänsehaut pur, ehrlich. Das sind einfach die Torten von Steve Fahoki, die gleich jemand in die Füße bekommt. Wir sehen die einfach hier. Geil. Wir sind jetzt direkt hinter der Bühne. Da vorne ist ATB. Er kommt gleich runter. Krass, wir können hier einfach chillen, Mann. Das ist voll das Privileg für mich. Erstes Mal so VIP bei so einem Festival hier. Das ist verrückt. Alter, was geht dir ab? So, Leute. Ich kann jetzt einfach auf die Bühne drauf, Digga. Wie krank. Er ist gerade auf der ATB hier. Alter, was geht dir ab? Mit 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1. Alter, was geht hier ab, Leute. Ja, einfach Steve Fahoki jetzt ja auch noch hier, Alter. Ist das krank. Leute, was erlebe ich hier alles. Was geht hier ab, structured? Ist das gestört, alter. Sehr krank. Sehr, sehr krank. Einfach mit Steve Farroki ein bisschen chillen. Ja, kann man machen, oder? Boah, ich bin gerade einfach ein Foto bekommen, Digga. Das ist so krank, Alter. Ich bin so ein riesen Fan von der Musik, ey. Wahnsinn. Einfach ein Foto bekommen mit dem. Das ist, ey, Wahnsinn. Ey, vor ein paar Tagen Mike Tyson jetzt Steve Farroki. Wie sehe ich denn aus? Soll ich jetzt ein bisschen mit Steve Farroki auf die Bühne gehen? Digga, ist das krank, Alter. Let's do this. Let's do this. Digga. Das kommt mir gar nicht klar, ne? Das ist so heftig. Einfach hier zu stehen. Falt. In, go, up. Digga, was denn? Einfach mal mit Steve Farroki auf die Bühne, ey? Was denn? Was denn? Alter! Oh mein Gott! Jetzt einfach noch ein Foto mit ATB bekommen, Alter. Ist das krank, Mann. Ich schwörste ja. Es ist verrückt. Und jetzt gehen wir wieder nach vorne zu Steve Farroki. Noch mal in der Menge genießen. Auch sehr geil. Und jetzt von der Menge! Ich schwörst euch Leute, weil ich es da erlebt habe, ne? Hättest wir vor 10 Jahren niemals erträumen können so was. Alex! Alter! Was passiert dir, Mann? Digga! Wer freut denn den Song? Wow! Project X, Junge! Project X krank! Wir mussten leider raus, Leute. Wir durften nur eine bestimmte Zeit bleiben. Deswegen bin ich wieder hier. Aber es war eine unvergessliche Zeit, Digga! Jetzt gehen wir rüber. Jetzt gehen wir rüber zu Sido! Dann gehen wir rüber. Ich schwör mal." Ich steck mich am Boden. Kein Vorum, kein Zurück mehr. Nur nach unten und unten. Und einer von 100 Millionen. Ein kleiner Punkt über Boden. Ich schwör mal. Alle Hände hoch, komm, 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 komm! Juhu! Dingga, was geht´s hier ab, Alter? Eeeee! Ich bin so froh, dass ich das vlogge. Ich bin so froh auf die Seite. Guck mal, alle denken, es ist vorbei jetzt. Aber Sido kommt gleich safe noch mal raus mit einem ganz bestimmten Song, den nicht alle kennen von euch, aber ich kenne den. Ernesto Valverde ist schon länger dabei. Eure Stimmen, jetzt wird gesungen. Carmen, da läuft doch mein Haar mehr runter. Wisst ihr, da hab ich mich nicht so. Für dich, für dich sterben, Carmen. Jetzt kommt der Arschdütsong. Der Arschdütsong kommt jetzt. Aua, 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 aua. So, erster Tag ist vorbei, jetzt gibt es noch mal ein Feuerwerk hier. Bester Song, Fast Imperials 5. Rio de Janeiro, Banküberfall. 2011, da hab ich den Song das erste Mal gehört, als ich mit meiner Fußballmannschaft in Spanien war. Am Sack von Udo. So, wir haben einen treuen Supporter am Start. Grüße gehen raus. Samen, das ist einfach. So, wir haben einen Appellation durch, übrigens immer noches Gece. Das ist schon immer noches Gelegen. So, wir haben die Supporter am Ende. Was? Also, macht ihr nach mir. Ich habe dich da nach mir dazu. H fuckin' r doin. Nein, 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 nein. X! Alter, lass es klappen! Guck mal bitte! Ernst! Nein, nein, nein! Das geht niemals! Was? X war bei dem auf der Hand! Zeig mal! Guck mal bitte! Was? Dann morgen! So Leute, Festivaltag 2 hat begonnen! Heute Ernestor Werder im Baller Outfit! Geiles Wetter wieder! Letzter Tag! Und wir gehen jetzt gleich auf die Messe! Ne, auf das Festivalgelände! Stark! Ja, wir gehen auf die Gamescom! Der Baller! Frisch aus Amerika eingeflogen! Auch mal ein paar Körbe verteilen Leute! Wir gehen jetzt erstmal wieder in die Lukas Podolski Lounge oder Hotel! Ach, was heißt für Hotel? Dieses Schiff hier? Keine Ahnung! Vielleicht ist Poldi heute auch da! Gibt es erstmal einen leckeren Döner oder was? Oh mein Gott! Das ist leer! Aber die singen wenigstens live! Ernestor Werder fängt den Tag schon mal gut an mit schönen isotonischen Erfrischungsgetränk! Next round! Ding, 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 ding! Boah Leute, es ist einfach noch wärmer als gestern! Da knallt rein wie sonst was! Das ist natürlich nur exotisches Gefrischungsgetränk! So Leute, wir sind jetzt bei meinem Partner Silberpfeil Wir haben eine Challenge! Wir müssen irgendwie den Ball kicken, dass die Dose da oben drüber steht! Egal ob so oder so, ob es nicht steht! Guck jetzt, erster Versuch! TONE! www.giblingdaster.de Anico Santos, geiler Typ Er hat ne geile Live-Stimme Ja! Ich hab's nicht geschafft, den Ball, äh, die Dose stehen zu lassen! Sie sind immer umgekippt! So wie ich später auch. Wer bist du denn? Weg von mir! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Geh mal weg! Wichs macht er live! Aber Wetter ist ein bisschen regnerisch geworden. Es hat gerade fünfmal getropft. Die Sonne ist weg. Jetzt gibt es noch hier Süßigkeiten. Was habt ihr denn so Schönes? Alles. Komm, muss mir alles aufzählen, was da drin ist. Wir sind hier. Aha. Einfach jemand ab Toilette, der sprengt. Wahnsinn. Immer dieser Sirius Black hier, aus Azkaban ausgebrochen. Wir sind jetzt hier auf einer anderen Bühne. Ich weiß nicht, irgendwo in der Wallachai. Keine Ahnung, was hier abgeht. Wir sind jetzt hier gerade im Backstage-Bereich. Da, wo Rebis auftritt, hat der gerade den Auftritt. Ron macht das Feuer. Marion? Wo Messi-Trikot? Wo? Wer ist der wahre Goat? Sag es, Bruder. Der wahre Goat. Es gibt nur einen. Christiano Brunal. Wow, geil. Jetzt gehen wir nochmal kurz zu Silberpfeil. Gehören wir uns nochmal einen kleinen Nachschub und dann geht es weiter zu Crow. Wow. Du bist wie zu schön und du weißt, dass ich weiß. Das ist krank wie hell auf einmal. Alter, krank. Geil. Und dann sofort wieder. Ja, wenn es dir mir nicht gefällt. Ich traus mich nicht zu sagen, ich hab Schiff. So bad, so bad, so bad. Geh immer nur, geh immer nur. Geh immer nur, geh immer nur. Aber hör mich nicht. Copyright dein Urgroßvater. Dankeschön, ich liebe. Gebt mir Pierson. Gebt mir Pierson. Was ist das denn? Wo ist denn da? Oder Dänemark? Ne, wie ist das denn? Und ich schien auch gar keinen Vater auf Sahne. Ich hab keine Ahnung, Mann. Das ist das denn. Das ist echt gut. Ich glaube, es ist mir egal. Ich will nicht lieber Sonny. Alle in Job. Ich alleine in allem. Heute war es das. Es fängt an zu regnen. Komplett am Regnen. Egal, wir haben jetzt schon alles erlebt. Und jetzt auch Interview. Wir bleiben wach. Stark. Das ist einfach ein Coca-Cola-Klash. Das ist das Festival, Leute. Das ist einfach Sky-Cola-Klash. Das ist die letzte Abschiedsshow, dann ist es vorbei. Das Festival ist vorbei. Das Festival ist vorbei. Alle Leute machen den Heim-Marsch. Guckt euch das an. Alle gehen nach Hause jetzt. Ja, das ist vorbei. Ein richtig geiles Festival. Dafür, dass es mein erstes Festival dieses Jahr war, war es das geilste. Aber es war das einzigste. Alles klar, es war super. Ehrlich, ich bin scheiße. Oder ich hier hingekommen bin. Dann gerade noch mal ein Silberpfeil, das bin ich hier eingeladen. Das war sehr geil, Leute. Ich bin komplett am Arsch. Ich reiche jetzt da auch langsam. So, Freunde. Wir verabschieden uns vom diesjährigen Festival. Da waren wir die ganze Zeit. Richtig geil. Da war die Bühne. Und da ist der Ausgang. Ich mache noch nicht die Abmoderation. Man weiß noch nicht, was kommen wird. Aber ich sage mal so. Das war's hier vom Festival. I'm over and out, Leute. Geil. Wir können uns jetzt noch mal zum Abschied hier am Festivalgelände. Diese Asia-Box. Ich schwöre es dir. Essen einfach hier unten auch sehr, sehr geil, ne? Es gibt so viel Auswahl, als wären wir hier, keine Ahnung, amerikanischer Stand mit Ach, keine Ahnung. Was labere ich da? Das Asia-Stand. Stark. Boah, es sieht optisch gut aus. Ich bin gespannt, ob es schmeckt mit diesen Pappgabeln. Ach, diese Holzkabeln. Ich hasse das. War McFlurry auch immer. Und diese Box habe ich jetzt auseinander genommen. Und ich sage euch so, wie es ist. Ich bin kein Lügner. Diese Box war leider eine 2 von 10. Ich schwöre es dir. Also das schmeckt jede 5 Minuten der Rinde besser. Es war ekeler. Egal, ob es noch was ich mag, ja? Auf einmal ist hier noch eine fette Party. Hier riecht es einfach kompletter Choice, Digga. Was ist das denn? Fliegen Autos. Die schweben hier. Da oben ist Steve Wauke auf früchten Steppen. Hey Steve, Junge, Steve. Wir schauen uns mal ein bisschen hier die Essensläden an, was es so schönes gibt. Da haben wir Döner mit vielleicht anderen Fleischsorten, die man nicht so kennt. Das kann gut sein. Da haben wir Pizza und so am Start. Burger, Pommes und Wraps. Ja, langsam neigt sich das Ganze dem Ende zu. Mac and Cheese. Boah, das wäre geil, ne? Mac and Cheese. Ja, wir haben schon alles verballert. Jetzt ein Riesenrad und jetzt geht es hier richtig ab. Kappa Claus. So Leute, ich chill jetzt hier. Guck mal, wie geil das aussieht mit meinem Trikot. Brutal. Abschied unserer Festivaltour. Gibt es jetzt noch einen Kepapland in Köln, Leute. Eieiei, man munkelt. Mein Foodvideo mit Massey kommt bald auch noch. Dauert aber noch. Eieiei, Leute. Noch mal zum Abschied der Festivaltour. Witzig gegönnt hier. Boah. Schön Brot. Adana. Let's go. So Freunde, Ernesto ist jetzt wieder zu Hause. Was war das für ein geiles Wochenende? Ich hatte so viel Spaß gehabt. Es war wirklich echt nochmal ein geiles Wochenende, bevor es jetzt mit der IFC geht. Danke natürlich auch dieser Stelle an meinem Partner. Silberpfeil, die mich zu diesem Festival eingeladen haben. Könnt ihr gerne abchecken. Wir hatten dort auch ein eigenes Zelt gehabt. Da war ich ja auch gewesen, hab die Challenges gemacht und so. Auf jeden Fall sehr cool. Danke für die Erfahrung, dass ich dabei sein durfte und mit Steve Faoki und so einfach auf der Bühne stehen konnte. Das kann ich nur nicht realisieren. Das ist ein Welt-DJ. Ich bin da einfach mit auf der Bühne am stehen und denke mir, was geht hier ab? Geisteskrank, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Ich hoffe, es hat alles gepasst mit der Musik und so. Nicht, dass das Ding gesperrt ist oder so, das Video wegen den Songs. Aber Ernesto hat das hoffentlich schon gedrückt. Alles klar, Leute. Ich verabschiede mich aus dem Vlog. Danke, dass ihr am Start wart. Und Dienstag, also morgen oder übermorgen, ich weiß es nicht genau, geht's los mit EAFC. Freut euch drauf. Es wird geil. Euer Valverdlos, der Bestos ist raus. Haut rein und ciao. Wir sind gesund, hier bin We kitsch. Bis zum nächsten Mal.